Okay Leute, habt ihr noch Lust? Denn ich habe noch einen dritten Teil für euch, gleich nach dem Intro. Nachdem wir nun etwas tiefer in die Pflegewissenschaft eingestiegen sind und jetzt schon alles über die Pflegeforschung wissen, möchte ich euch gerne noch erklären, wie ihr eure Forschungsfrage nach dem PIKE-Schema erstellen könnt. Doch bevor wir uns dieses Schema vornehmen, was macht überhaupt eine gute Forschungsfrage aus? Wichtig ist, dass sie präzise ist, dass nun die wichtigsten Informationen in dieser Frage enthalten sind. Sie muss beantwortbar sein durch eure Forschungsmaßnahmen, die ihr im letzten Video gelernt habt. Außerdem muss sie überprüfbar sein. Also die Theorie muss auch von anderen Forschenden wiederholbar sein, dass man schauen kann, ob das wirklich alles so stimmt und ob man auf das gleiche Ergebnis kommt. Deshalb muss es auch realistisch sein, sodass es in der Pflegepraxis umsetzbar ist. Nun zum PIKE-Schema. Jeder Buchstabe steht für ein Wort, sodass ihr euch die wichtigsten Kriterien für eure Forschungsfrage immer im Kopf zusammenstellen könnt. P für Personengruppe. Also nicht der Name des Patienten, sondern beispielsweise Patienten mit bestimmten Konditionen, wie Schmerzen, Diagnosen oder Altersgruppen. I für Intervention. Also was möchte man tun, um das Problem zu lösen? K steht für Kontrollintervention. Also hier gibt es einen Vergleich. Die Kontrollintervention gibt normalerweise die bisherige Situation an. Also ist die Intervention zum Beispiel das Einführen von Aufstehhilfen, dann ist die Kontrollintervention ohne Aufstehhilfen, wenn es bisher so in der Praxis war. E zeigt das Ergebnismaß. Also was möchte man erreichen, zum Beispiel die Verbesserung einer Situation oder das Verhindern von Krankheit? Lasst uns das mal praktisch anhand eines Fallbeispiels gemeinsam durchführen. Dazu nehmen wir wieder Herr Schneider. Herr Schneider ist verheiratet und hat zwei Kinder. Normal war er immer am Rollator-Mobil, doch jetzt ist er aktuell bettlägerig durch sein Bruch, nämlich einer Femofraktur links. Er wurde bisher vom ambulanten Dienst alle drei Stunden gelagert. Trotzdem hat er einen Dekubitus Grad 2 am Gesäß entwickelt. Wir möchten prüfen, ob es besser wäre, Patienten alle zwei Stunden zu lagern. Wie können wir also unsere Frage formulieren? Das Problem ist klar. Der Dekubitus. Wichtig ist es zuerst herauszufinden, welche Informationen aus dem Fall wirklich relevant für die Fragestellung sind. Was finden wir zur Personengruppe? Bettlegerige Patienten. Die Intervention habe ich ja vorhin schon erwähnt, also die Veränderung. Wir möchten ab jetzt gerne zweistündlich lagern. Bisher war es alle drei Stunden, was unsere Kontrollintervention darstellt. Diese beiden Kriterien werden nun miteinander verglichen. Optimalerweise würde dadurch ein Dekubitus verhindert werden. Unsere Forschungsfrage könnte daher lauten. Kann bei bettlägerigen Patienten durch eine zweistündliche Lagerung die Entstehung eines Dekubitus zuverlässiger verhindert werden als bei einer dreistündlichen Lagerung? Ist doch gar nicht so schwer, oder? Zur Übung hier noch ein weiteres Fallbeispiel. Frau Wolf ist 54 Jahre alt. Sie ist ledig, aber hat aus ihrer geschiedenen Ehe zwei Kinder und nun schon vier Enkelkinder, zu denen sie ein gutes Verhältnis hat. Sie ist berufstätig. Frau Wolf hat jedoch durch ihre Diagnose Rheuma ständig Schmerzen, obwohl sie Medikamente dagegen nimmt. Die zuständige Pflegekraft hatte die Idee, durch Aromatherapie ätherische Öle auszuprobieren. Nehmen wir wieder das PIK-Schema zur Hand. Was ist die Personengruppe? Chronische Schmerzpatienten. Unsere Intervention sind die ätherischen Öle. Bisher wurden keine ätherischen Öle verwendet, was unsere Kontrollintervention darstellt. Unser Ziel ist die Verbesserung der Schmerzsituation. Unsere Frage könnte demnach also lauten, kann die Anwendung von ätherischen Ölen bei Patienten mit chronischen Schmerzen zur Verbesserung der Schmerzsituation beitragen? Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, eignet sich das PIK-Schema zur Erstellung von quantitativen Forschungsfragen. Bei qualitativen Forschungsfragen wird nichts verglichen. Hier wird nämlich nur die Person und die Situation in der Frage behandelt. So wie wir das im letzten Video gemacht haben. Das war's zum PIK-Schema. Ich hoffe, ihr könnt nun alle eure Forschungsfragen mit links erstellen. Nächstes Mal schauen wir uns noch das Evidence-Based Nursing an. Danke fürs Zuschauen und vergesst nicht, Medizin kann so einfach sein.